Ich bin gerade in Neuenrade vom ältesten Haus der Stadt und treffe mich hier mit Peter Rieke. Was für eine Verbindung haben Sie denn zu diesem Ort? Ja, ich habe hier lange mit meiner Familie gewohnt und habe das für die Familie auch maßgeblich mit zurückgebaut. Und das ist einfach das älteste Haus der Stadt, weil es im 15. Jahrhundert wahrscheinlich schon gebaut wurde. Und dann hat man hier irgendwie die Ursubstanz so wieder hergerichtet, weil die Fensterläden, also da waren zwei Schaufenster drin, eine Oberlichthaustür. Und das ist jetzt alles so zurückgebaut, wie es damals vor allem mal gewesen ist. Und es hat auch schon Nachahmer gefunden in der Stadt. Und wieso ist denn das Haus auch auf der Seite so lang gebaut? Die Stadtmauer war also Rücksatz des Hauses und das hat man später so um 1800 abgerissen, weil die Stadtverteidigung war nicht mehr so notwendig in der Urform. Und dann hat man rechts dann die Steine weggebrochen und hat dann das Haus verlängert bis an die Stadtmauer. Und so kam man dann einige Meter noch dazu. Vier Meter länger geworden, das ganze Haus. Aber wir könnten uns eigentlich auch duzen. Ich bin Peter. Julia? Gerne. Wohin gehen wir denn jetzt? Wir gehen jetzt in den Kirchturm rauf und gucken wir mal, was da so los ist. Sag mal, jetzt war es unten total kalt und hier oben so warm. Woran liegt das denn? Das liegt an der Abwärme von unserem Sendemast. Wir haben hier jetzt das ganze Equipment für eine Handymasten hier drin. Und die Leute mögen das ja oft nicht wegen Elektrosmog und gehen vielleicht auch schon mal mit Bürgerinitiativen auf die Barrikaden. Und die Kirchen verdienen sich schon mal Geld damit, indem sie ihre Kirchtürme als Masten zur Verfügung stellen. Das ist natürlich viel billiger für denjenigen, der die Dinger aufstellt. Und für die Kirchen, ganz interessant, kriegt man noch ein bisschen Geld da mit rein. Und die Abwärme von diesem Kasten hier, von dem Kabuff, die erzeugt hier diese ganze Wärme in dem Turm. Die Glocken, die wir jetzt hier sehen, die sind nur mittags um zwölfe aktiv oder zu besonderen Anlässen. Die für uns wichtigen Glocken eigentlich, was Stundenanzeige angeht, die sind oben im kleinen Turm. Da gucken wir gleich mal auf die Seite. Die werden uns jetzt zu Gemüte führen. Du bist hier oben wortwörtlich quasi gerade der Strippenzieher. Ja, ich kann das machen. Ich kann jetzt mal 13 Uhr simulieren, weil diese kleinen Glöckchen, das sind die eigentlich für die Bürger mit am wichtigsten. Abgesehen vom Gottesdienst, die zeigen die Stunden an. Das heißt, ein kleines Glöckchen außen, ein helleres bimmelt jede Viertelstunde. Also ein Viertel nach einmal, halb zweimal, Viertel vor dreimal, viermal zur vollen Stunde. Und ein etwas dunklerer Ton sagt dann die genaue Uhrzeit. Und wir simulieren jetzt mal 13 Uhr. Also viermal eins, zwei, drei, vier. Und jetzt kommt der 13 Uhr. So, jetzt sind die Bürger verwirrt draußen und alle stellen die Uhren falsch. Und was für eine persönliche Verbindung hast du zu den Glocken? Ja, das war der Messstab der Zeit. Also man musste immer sehen, dass man pünktlich ist, weil die Mutter ja das Essen gemacht hatte. Man freute sich natürlich aufs Essen. Aber manchmal verpasste man das leider. Wenn man sehr stark konzentriert spielte, dann hörte man auch die Zeit nicht. Und dann kam der Vater mit seiner Trillerpfeife auf dem Balkon. Erst war dann das Signal, oh, ich habe die Kirchenglocken überhört. Das ist die Grundschule von uns. Die ist insofern ganz wichtig, weil meine Eltern sind hier schon zur Schule gegangen. Und ich bin hier zur Schule gegangen. Meine Kinder sind hier zur Schule gegangen. Und das heißt hier Alte Burg, weil hier früher ein Burgturm gestanden hat. Hier hinter uns dieser Zinnenkranz, der das andeutet. Und für uns war als Kinder immer hier vorne dieser Lichtschacht, den man hier so gemacht hat. Das war für uns immer der Wassergraben. Und da sind wir mal eingesprungen, obwohl man das nicht durfte. Man konnte sich ja verletzen. Da haben wir immer geglaubt, das wäre der Wassergraben gewesen. Und im zweiten Schuljahr habe ich mich in meine Lehrerin verliebt. Das war natürlich besonders toll, weil ich noch Nachhilfeunterricht bekommen habe. Und dann habe ich die Lehrerin nach der Schule noch sehen dürfen. Ist doch toll, ne? Peter, ist Neuenrade so klein? Ich meine 1. Straße, 2. Straße, 3. Straße als Namen? Ja, das hat doch was von New York. So hat New York auch mal angefangen. Aber ich hoffe, dass diese Dimensionen für Neuenrade nicht erreicht werden. Aber es ist doch ein guter Überblick. Man sieht Neuenrade komplett hier drauf. Und ganz oben ist ja auch noch New York zu sehen. Und selbst bis nach Alaska geht es rauf. Also das Wichtigste von der Welt ist, auf dieser Karte hier zu sehen. Der 58-Jährige ist nie aus Neuenrade weggezogen. Der Familienvater fühlt sich in der Stadt mit seinen rund 12.500 Einwohnern einfach pudelwohl. Wir gehen raus aus dem Stadtzentrum, hinauf in den Wald. Oberhalb von Neuenrade entspringt die Hönne. Ihr Flusslauf gibt im umliegenden Gebiet den Namen Hönnetal. Wir sind jetzt hier in der Hönnequelle. Das ist unser dominierender Fluss in Gänsefüßchen. Der ist hier noch sehr klein, aber wird natürlich zur Mündung hin immer größer. Und diese Hönnequelle ist für mich ganz besonders wichtig, weil Spaziergänge, gerade Sonntagsspaziergänge, die sind oft hier oben geendet. Und wir waren drei Kinder und haben dann ein Wettrennen gemacht, schon unten von der Straße angefangen, wer denn zuerst da ist. Und dann ging es auch immer darum, wie viel Schüttung ist denn gerade in der Quelle. Ja, es tröpfelt es nur oder es ist ganz trocken, hätte auch sein können. Dann haben wir immer gewettet und sind losgelaufen. Und ich liebe diesen Platz einfach, weil man hier auch eine wunderbare Fernsicht über die Stadt hat. Und das ist schon, ja, es ist schon ein schöner Aussichtspunkt.